Umweltschonendes Heizen mit erneuerbarer Energie. Daran arbeiten wir bei Haagassner heute in einem der modernsten Biomasse-Heiztechnikzentren. Unter dem Motto, Produkte zu entwickeln mit höchstem Komfort und niedrigsten Emissionswerten. Ich heiße Daniel Fellner und bin gerade in der Ausbildung zum Betriebselektriker. Es ist eine sehr interessante Lehre, in der man alles zum Thema Elektronik, Vertragung bzw. Verschaltung erfährt. Was mir bei Haagassner besonders gefällt, ist unsere eigene Lehrwerkstätte. Somit können wir direkt im Betrieb unsere Fertigkeiten einsetzen und in der Lehrwerkstätte Neues dazu lernen. In den Blechbearbeitungszentren kommen neueste Laser- und Stanzautomaten mit B- und Endladestation sowie speziell konstruierte Biege- und Abkantautomaten zum Einsatz. Hochpräzise Schweißroboter und handwerkliches Know-how vereint für höchste Qualitätsansprüche. Hallo, ich bin der Steinpfer Andreas und ich werde gerade zum Maschinenbautechniker ausgebildet. Als Maschinenbautechniker lerne ich Fein, Sägen, Bohren, Schweißen, Abkanten und vieles mehr. Meine Aufgabenbereiche sind sehr vielseitig. Sie reichen von der Fertigung, der Montage und Instandsetzung von Fertigungsmaschinen bis zur Programmierung von CNC-gesteuerten Maschinen. Was du dafür mitbringen solltest, sind technisches Verständnis, logisches Denken, Genauigkeit und Teamfähigkeit. Dann wird dir dieser Job echt Spaß machen und du wirst dich im Hargassen Team wohlfühlen. Die wichtigste Rolle spielt bei uns der Mensch. Insgesamt beschäftigt Hargassen inzwischen mehr als 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Tendenz weiter steigend. Viele von uns haben mit einer Lehre bei Hargassner begonnen. Ich bin Hannes Hebenstreit und habe bei Hargassner Maschinenbautechniker gelernt. Bereits während meiner Lehrzeit hatte ich Möglichkeiten, verschiedenste Produktions- und Gettungsverfahren kennenzulernen. Nach meiner Lehrzeit habe ich mich auf die vollautomatische Blechbearbeitung spezialisiert. Bereits einige Jahre später habe ich in die Forschung und Entwicklung gewechselt. Für mich war der Lehrer die perfekte Basis in meinem beruflichen Werdegang. Bei uns hat es die besten Chancen für eine berufliche Zukunft. Die Mitarbeiter sind Teil der Hargassner Erfolgsgeschichte. Ihr Wohlergehen ist uns wichtig. Im eigenen großzügig ausgestatteten Vitalcenter können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fit halten, Kraft tanken und sich erholen. Auch in der Freizeit werden viele Aktivitäten gemeinsam unternommen. Hallo, ich heiße Oleg Dieser und bin Lehrlingsausbildner im Unternehmen Hargassner. Ich stehe unseren Lehrlingen vom Antritt bis zur Lehrabschlussprüfung mit praktischem Wissen und Antworten auf ihre Fragen zur Verfügung. Unser Einsatz für eine qualitativ hochwertige Lehrlingsausbildung wurde heuer mit der Auszeichnung vorbildhafter Lehrbetrieb belohnt. Die hochqualitative Ausbildung bei Hargassner ist gefragt. Darum bewirb dich als Lehrling und werde ein Teil des Hargassner Profi-Teams. Denn wir wollen auch in Zukunft die Besten sein. Hargassner Heiztechnik mit Zukunft. Hargassner Heizapper Gott G убифb variety Gott